Ich grüße euch bei Funnestreams und Haugard Legacy mit mir, Tulsa. Wir machen da weiter, wo wir das mal aufgehört haben, die Quest mit Sebastian. Da wollen wir eine Mine durchsuchen. Suchen da eine Rune, glaube ich. Jetzt sind wir wohl oder übel drin. So sieht's aus. Still wie ein Kram. Die Samine gleicht einer Gruft. Sie wurde nach Unfallberichten geschlossen. Jetzt verstehe ich, warum. Was schätze. Da sind keine Kobolde in den Netzen. Die sind sogar für Spinnen zu ekelhaft. Extreme Dancer. Sieht wie eine Rutschpartie aus. Spinnen! Spinnen! Konfrinco! Dependium! Ich hasse das! Konfrinco! Ich werde dich drohen! Spinnen! Serios! Desender! Spinnen! Konfrinco! Zu viele hier muss es etwas geben, dass sie unbedingt haben wollen Dieser vorsprung ist wirklich hoch vorschläge Womit habe ich das verdient? Ach hier, den Gavium Leviosa Ja sowieso, oder das nicht? Ich hätte mich auch gewundert Wenn das nicht geht Kein Wunder, dass Leute sich vor Spinnen gruseln Vielleicht sind es die haarigen Beine, die seelenlosen Augen, die giftigen Fänge Alles ganz reizende Eigenschaften Rivelio Komm, trink doch Oh, macht er mir Spaß zu rutschen Komm, trink doch Womit habe ich das verdient? Rivelio Die Brücke hat schon bessere Tage gesehen Oh, Schatz, here we go Legendär Rivelio 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 Treffer Rivelio 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 Fiese Unholder Rivelio Stimmt Rivelio 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 They're shroing muss man nochmal kurz was gucken na ich hab beides gespielt wir werden schnell mit ihnen fertig Professor Hackett wäre stolz in der Tat, Renrods Anfänger haben praktisch den Krieg erklärt Komplinko! Womit habe ich das verdient? Komplinko! 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 Geht an die Welt! Ach hier! Kutio! Ich werde ihn! Da bist du! Expedia! Nicht besonders! Kotz dich! Ich werde dich versiegen! Egal! Expelliarm! Confrigo! Stufo! Confrigo! Stufo! Nebioso! Expelliarm! Confrigo! Expelliarm! Confrigo! Confrigo! Geht hin! Arresto-Moment! Kutio! Nebioso! Protego! Wie macht er das ohne dass ich drücke? Confrigo! Felliarm! Confrigo! Expelliarm! Defendo! Arresto-Moment! Arresto-Moment! Expelliarm! Arresto-Moment! Arresto-Moment! Schönen! Es ist hier noch genannt! Ich hab's gar nicht in die Fall von Cribe! Es ist hier noch nicht in die Fall! Expelliarm! Weißt du... Oh, Mann! Diese, ich seh die nicht! Come on! Comfrigo! Nebioso! Hier haben wir aufgeräumt. Keine Ahnung, warum man Gryffindors für tapfer hält. Wir Slytherins sind die wahren Helden. Und es macht viel mehr Spaß, mit uns zu kämpfen. Protego! Protego wird einfach von alleine ausgerüstet. Nicht, dass meine Taste auf einmal kaputt ist. So alt ist der Controller noch gar nicht. Das wäre ärgerlich. Von Trink! Jetzt werden wir uns endlich in Ruhe vom sehen. Rebellion-Symbol. Über der Höhlentür. Rennrocks Anhänger haben es nicht erkannt. Das war unerwartet. Das war unerwartet. Hier ist er. Der Weser. Egli! Ack hier. Ben Gaudium Liviosa. Ack hier. Ben Gaudium Liviosa. Ack hier. Wir sind eine Weile. Wir sind erinnert. Wir sind eine Weile. Ah, vielleicht sieht es da oben ja aus. Na gut. War jetzt nicht so überrauschend. Man weiß ja nie. War jetzt. Reveille. Tja, er hat ja keine Schmerzen. Was hast du da? Ein Tagebucheintrag von Isadora. Hoffentlich hilft er uns, dieses Rätsel weiter zu entwirren. Revevium. Sebastian, ich habe was gefunden. Ein Stück Leinwand. Gausat. Unsere Mühen waren doch nicht vergeblich. Trotzdem. Irgendwas an diesem Ort ist komisch. Mit dir ist auch ja was komisch. Ich dachte schon, du rennst die ganze Zeit gegen die Wand, Sebastian. LUMRUS. CONTRILIUM. EXCELIAM. BOMBARDER. REVELIUM. Wo ist er denn hin? Wenn uns das Tryptichorn zu dieser Leinwand geführt hat, können wir wohl annehmen, dass Isadora Morgannock hier war? Sie scheint überall gewesen zu sein. Aber wenn sie die Krypta und den Keller unter dem anwesenden Feldcroft genutzt hat, wieso sollte sie dann diesen Ort erschaffen? Und warum alles hinter kryptischen Runen verstecken? Und hinter alter Magie, die niemand außer dir sieht. Isadora und Percival Rackham, ein weiterer Hüter, konnten ebenfalls Spuren alter Magie sehen. Rackham? Der Name sagt mir nichts. Ich sah ein paar seiner Erinnerungen. Ich glaube nicht, dass er und Isadora sich über die Nutzung dieser Magie einig waren. Alles ganz schön verwirrend. Bringen wir die Leinwand zurück zum Tryptichorn. Vielleicht finden wir dort Antworten. Dieser Ort ist wirklich seltsam, aber auch überaus faszinierend. Gut. Und jetzt raus hier und zurück nach Hogwarts. Es sei denn, wir finden einen anderen Weg zur Krypta. Ja, der wird wohl hier oben sein, ne? Wie praktisch. Das ist der Moment der Wahrheit. Es muss passen. Bitte sag, dass du den Ort auf dieser Leinwand wiedererkennst. Die gute Nachricht ist, ja, in der Tat. Und die schlechte? Es bedeutet noch mehr Ärger. Ich kenne diese Küste. Renrock hat dort eine große Mine samt Umgebung eingenommen. Moran Weem leidet stark darunter. Dort ist es jetzt so schlimm wie in Feldcroft. Wollen wir jetzt dorthin? Lass uns warten. Wieso? Die ganze Zeit hinken wir Renrock einen Schritt hinterher. Ich kenne jemanden, der uns helfen könnte. Und wen? Ein wohlgesinnter Kobold. Er steht nicht auf Renrocks Seite. Ein freundlicher Kobold? Kobolde haben meine Schwester zum Schweigen verflucht, damit sie gesehen, aber nicht gehört wird. Ja, aber nicht alle Kobolde... Nicht alle Kobolde? Hast du Feldcroft schon vergessen? Hast du die Mine vergessen, in der wir gerade waren? Nein, Sebastian, habe ich nicht. Du hörst mir nicht zu. Warum sollte ich auf jemanden so Ignorantes hören? Du weißt ja nicht, was du da redest. Atme mal kurz durch. Oh, ich weiß genau, was ich sage. Unglaublich. Hass erzeugt wieder Hass. Der Kreislauf des Hasses. Wenn dir einmal was Schlechtes von jemandem geschieht, dann musst du alle gleichermaßen hassen. Wenn man das überwinden kann, kann man aufeinander zugehen. Auch zu Kobolden zum Beispiel. Ich werde auf jeden Fall jetzt weiter mitzulechten. Ich werde auf jeden Fall jetzt weiter mitzulechten. Irgendwo der wollte das nochmal. Wo will er mich da treffen? Wo will er mich da treffen? Na ja, ich guck's mir mal an. Sieht recht dunkel aus. Aber das hat mich noch nie aufgehalten. Sebastian, das Relikt, von dem du sprachst. Glaube nicht, dass ich deinen Koboldfreund vergessen habe. Aber ich musste dir erzählen, was ich erfahren habe. Ich denke, einer von Slytherins Schülern fand das Relikt bei der Aufgabe, Sarkophage in dieser Katakombe zu untersuchen. Aus einem Bericht des Schülers geht hervor, dass er oder sie es nicht mitnehmen konnte. Darum vermute ich, dass es noch da ist. Wie schon erwähnt, verleiht dieses Relikt dem Träger die Macht, schwarze Magie wieder aufzuheben. Wenn es in dieser Katakombe ist, muss ich es finden. Für Anne. Ich muss sie sehen. Mich würde interessieren, was der Schüler noch so entdeckt hat. Sie selbst. Leider steht kein Name drauf. Aber ich denke, wenn es wichtig genug für Slytherin war, um ihn in seinem Zauberbuch zu verstecken, dann sollten wir ihn uns genauer ansehen. Erkunden wir diese Katakombe. Wir können Anne besuchen, wenn wir fertig sind. Perfekt. Übrigens hat sich Aminus nach dir erkundigt. Du hast ihm nicht gesagt, was wir machen, oder? Nein. Ich schwöre. Gut. Aminus wäre wichtig, wenn er wüsste, was wir vorhaben. Ach, ich bin leider ein bisschen erkältet. Ich muss mal einen Schub trinken. Der Hals ist auch nicht ganz gesund. Das merkt man dann doch beim Reden ein bisschen. So. Was ist denn im Bericht? Ich möchte diese Katakombe gerne mit dem vergleichen, was ich über sie gelesen habe. Ich bin mir sicher, der üble Gestank ist der Duft des Erfolgs. Bleiben wir erst mal ganz ruhig. Zumindest wissen wir, dass wir nicht allein sind. Vielleicht war's das. Und der Rest der Kuft ist frei von Insekten. Ähm, Spinnen sind keine Insekten. So, gut. Kommt dringend. Achir. Wingardium Leviosa. Achir. Die Aale zu öffnen ist verlockend. Dieser Raum ist höher als Erschalt. Wir sind aus einem Grund hier. Ich denke, wir haben Anlass, sie zu öffnen. Eine Truhe an einem total unverdächtigen Ort. Toll. Toll. Hast du gut gemacht. Toll. 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 Ich bin. Ich bin. Livio Second. Komm Commander. Das Bestehen so. Komm her in. Willkommen. Komm חי. Geflüge. Achir. Komm, dringend um! Achio! Achio! Pass auf, ich wäre fast ausgerutscht. Spinnen, ich hasse Spinnen. Ich weiß. Expelliarm! Komm, dringend um! All das Gras wirkt gar nicht mehr wie eine Gruft. Ich habe von Katakomben gelesen, die erweitert werden sollten. Aber es gab Probleme. Gewillen! Viele Einstürze. Und dann wurden sie aufgegeben? Genau. Komm, dringend um! Ich glaube, das macht ja nett. Ich glaube, das macht ja nett. Und dann kam er her. hier ging es noch ein Wickel nach links ah ne das ach bin ich schon leicht verwirrt Reven zu einem Saal wäre ich auch gerne beerdigt du magst es prunkvoll das kannst du laut sagen hier ist sogar ein Altar samt Knochenhaufen herrlich Knochen außerhalb des Sarkophags irgendwie seltsam hier beim Altar ist etwas Bombarder Revenio Ach hier Regadium Liviosum Okay, weiß der noch nicht. Oh ja, der Imperius-Spruch hätte ich jetzt auch gerne. Was ist es? Sieht aus wie ein Teil eines Schülertagebuchs. Hier steht etwas über das Relikt und die Beschwörung von Barrikaden mithilfe von Knochen. Natürlich. Der Bericht des Schülers verwies auf einen Raum hinter der großen Halle. Es kann keine Sackgasse sein. Teilen wir uns auf. Du widmest dich der Sache mit den Knochenbarrikaden und ich gucke, ob wir was übersehen haben. Behalte den Tagebucheintrag. Vielleicht hilft er uns noch. Hier steht noch was. Anscheinend war die nächste Herausforderung, den Imperius-Fluch zu lernen. Wirklich? Interessant. Konzentrieren wir uns darauf, erstmal hier rauszukommen. Aber lass mich kurz nachdenken. Das ist ja doch. Natürlich. Ich suche nach den Barrikaden. Perfekt. Da ist mehr dran, als selbst ich gedacht habe. Die Knochen da zu beiden Seiten des Vorbogens... Ack hier! Wir sollten jeden Stein umdrehen. Oder besser, jeden Knochen. Ich muss gerne... Es hat geklappt. Ich wusste, dass klappt. Hatte so ein Gefühl in den Knochen. Das ist ein Scherz. Pompader! Wir sind weit gekommen. Doch es gibt noch mehr zu tun. Es gibt immer. Weißt du? Ack hier! Lumos! Wir brauchen auch Knochen. Wir sind sehr, glaube ich. Ack hier! Ack hier! Ack hier! Ack hier! Ich brauche einen sicheren Weg hinüber. Wacklige Knochenbrücke steht! Rebellion! Ack hier! 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 sind wir über die 30 Minuten Marke verlage ich das auf die nächsten Folge würde ich mich freuen wenn ihr ein Like da lässt sonst wünsche ich euch alles Gute euer Tulsa macht's gut Ciao